Haxen im Biersoße ganz leicht gemacht. Haxen und Schwarze anschneiden. Salz, Pfeffer und eure Lieblingsgewürze drauf. 24 Stunden marinieren lassen. Die Schmottwit und Dachofen. Dafür brauchen wir Grimbeketz. Dachofen drauf auf glühende Grimbeketz und Haxen von alle Seiten Schaffernbraten. Schaffern gebraten raus. Zwiebel, Möhren, Poree, Sellerie und natürlich leckeres süßliches Bier. Ohne Wasser läuft nicht. Ohne Salz läuft auch nicht. Abschmecken, wenn alles passt. Haxen wieder rein. Mehr Wasser rein. Mit Honig, Senf, Soße an Pinsel. Grimbeketz unter, grimbeketz oben und eine Stunde kochen lassen, schmoren lassen. Dann haxen und drehen und wieder mit Honig, Senf, Soße an Pinsel. Noch eine Stunde schmoren lassen. Nach ca. 2 Stunden ist es soweit. Leckere Bierhaxen und leckere Soße. Die Haxen sind so weich, so zart, einfach mega lecker.